Prinz William hat, genug um die Ohren, und ist nicht erblich darauf, Harry wieder in den königlichen Schoß zu lassen, teilten Quellen dem Sunday Express mit. Quellen zufolge hat Prinz William gestern Abend jede Aussicht auf eine königliche Versöhnung mit seinem Bruder Prinz Harry verworfen. Der Herzog von Sussex soll nach seiner Krebsdiagnose mehrere, herzliche Gespräche, mit seinem Vater geführt haben und Freunden gesagt haben, dass er eine königliche Rolle übernehmen würde, solange es seinem Vater nicht gut geht. Ein solcher königlicher Neustart würde unweigerlich bedeuten, dass Harry und William ihre Differenzen beiseite legen würden. Doch die Idee wurde von Quellen aus dem Umfeld des Prinzen von Wales entschieden zurückgewiesen. Eine königliche Quelle sagte, der Prinz von Wales wird es auf keinen Fall tragen. Harry möchte vielleicht in eine königliche Rolle zurückkehren, aber was seinen Bruder betrifft, hat sich nichts geändert. Prinz William hat genug zu tun der Moment. Sein Vater wird wegen Krebs behandelt und seine Frau erholt sich von einer Bauchoperation. Dafür fehlt ihm einfach die Bandbreite. Berichte darüber, dass Prinz Harry eine teilweise Rückkehr zu den königlichen Pflichten anstrebte, tauchten auf, als Harry seiner Familie in einem Interview im amerikanischen Fernsehen offenbar ganz öffentlich einen Olivenzweig anbot. Der US-Interviewer Will Rief fragte den 39-jährigen Harry, wie, emotional, sein stürmischer Besuch bei seinem Vater im Clarence-Haus nach seiner Krebsdiagnose gewesen sei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020